hallo und herzlich willkommen liebe freunde und auch salvetes spektatorius zu einem weiteren teil von let's play hast auf 1 4 mit mir dem tante genau bekannt als günter schädel und wir sind zurück mit dem mächtigen ungarn und mittlerweile sind wir ja nicht nur ungarn sondern österreich ungarn und wollen die tschechoslowakei natürlich auch noch zu uns holen ich hoffe wir schaffen das dazu brauchen wir truppen dazu brauchen wir ausrüstung wir exportieren noch relativ wenig wir importieren noch sehr viel und ja wir importieren vor allen dingen viel stahl von dem mr mörb ich grüße dich hallo liebe leute da drüben herzlich willkommen auch von mir ha marine infanterie ich habe geringe mannstärke ich habe 85.000 ja ja aber der meldet dir das jetzt dadurch dass es ist halt wenig im vergleich zu sage ich jetzt mal anderen zahlen die du haben könntest ok und mehr kann ich nicht mehr ausbilden jetzt bin ich schon auf dem maximum so ich schaffe ich endlich das exil gesetz ab und damit verliere ich den nationalgeist gespaltene regierung wichtig ganz wichtig ja dann mache ich 0,8 politische macht am tag mehr meine kapitulationsgrenze wird um 50 prozent erhöht und stabilität plus 10 prozent auch ich liebe es muss ich muss überlegen was macht italien unbekannter schwerpunkt wir wissen es nicht sondern trainieren wir mal unsere truppen so wie ich das exil gesetz habe kann ich theoretisch machen den rechtmäßigen erben wenn man die verfassung garantieren der erste staatsbürger gegen maß mal bekomme ich einfach einen anspruch kriegsziel annektieren gegen spanien erhalten also ich bin mal gespannt was das bewirkt die kronen vereinen ich würde erwarten dass spanien dann zu meinem kern land wird das würde ich ja dann erwarten aber es geht nicht beliebiger und ist ein kern von karlistische spanien also ich kann das nicht machen weil das weil spanien nicht karlistisch werden wird das ist das problem oder ich kann vergeltung für waterloo machen oder bekomme ich das kriegsziel annektieren belgien bei mir im chat wird gerade gesagt ich sollte günner fragen ob er den tag nachtwechsel ausschalten könnte ja naja der nervt wie sauna wenn ich mal rechts schrecklich okay habe es gar mal angestellt bei mir schlimm schlimm der wechsel ja da wollen wir auch viel spielen auf eins oder zwei spielt glaube ich kann ja ja dann macht das nix naja ich spiele normalerweise sehr langsam bei harz of iron verständlich kann man machen ich bin kein epileptiker aber wenn ich das sehe werde ich einer direkt abzogen ich muss vor allen dingen überlegen wie ich wie ich noch in den besitz von verteidigung armee angriff armee da gehorst ich habe es gemerkt ich glaube momentan ist die forschung halt deutlich wichtiger aber wie komme ich an chrome ran chrome hat glaube ich dieses verfeld und erwarten kannst du mal gucken wo es chrome gibt ja 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 ich müsste das erstmal importieren das ist ja sowjetunion türkei türkei hat sehr viel türkei tust du auch keinem weh weil die türkei macht in der regel nichts zumindest doch nicht das wird sich wahrscheinlich ändern in zukunft leute wo ich bekomme gleich 120 politische macht auf jeden fall irgendwie arti ich brauche auf jeden fall noch irgendeine arti militärpolizei brauchen wir spätestens dann wenn wir irgendwas erobert haben da kommen machen wir gerade kommen so aggressiv müssen wir jetzt noch gar nicht spielen ja antifaschistische block regierung stürzen gegen italien karate klaus noch mal ja vielen dank für das nette feedback übrigens du hast in harz of iron hast du china überrannt am anfang mit deutschland ok interessant wie bist du um die sowjetunion drum herum gelaufen oder bist du mit bist du mit dem transsibirischen express gestartet so jetzt mache ich das ding mit der eisenbahn und jetzt muss ich hier bei der tschechoslowakei beziehungen verbessern hast du gesagt ja und jetzt mache ich auch kurz mal pause weil das muss ich kurz mal was gucken ja tu das probleme 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 sind wir das unscheinbare arbeitstier so denn ich habe ein problem ich kann das halt nur machen wenn die karlisten da sind die karlisten sind aber nicht da ja das wird auch genau für skipio das kommt nachher auch auf youtube noch ja ich bin überlegen ob ich in diesen bürgerkrieg jetzt mal interveniere das problem ist bloß auf welcher seite ich intervenieren könnte heute wird nicht troja gestreamt weil wir zusammen streamen und troja hat noch kein multiplayer immer noch nicht leider immer noch nicht da geht es also kommt noch ne ok komm ich spare mal gerade noch ein paar machtpunkte auf ich muss das jetzt noch nicht machen glaube ich okay die hier sind auf jeden fall alle ready okay der spanische bürgerkrieg zieht sich ausnahmsweise mal länger hin das wundert nicht ehrlich gesagt der dort recht lange bisher ja das ist normalerweise nicht der fall brainless wir spielen mit dlcs allen die da sind vor allen dingen das bereits existieren vor allen dingen dass der regionale verteidigungsrat von aragonien noch lebt ja die scheinen glück gehabt zu haben ja max kopf ich spiele österreich ungarn wir haben österreich ungarn wiederhergestellt mit otto von habsburg an der spitze also ich muss ja ganz ehrlich sagen am meisten interessiert mich ja dann doch das dritte französische reich auszurufen dann bekomme ich annektierungs möglichkeiten gegen england und gegen belgien und gegen niederlande klar habe ich dann auch kriegstil gegen deutschland aber das muss ich ja nicht spielen und ich kann den kriegstil annektieren sowjetunion bekommen dann kann ich ja genau ja wie le de la gu oder wie auch immer das heißt de la guerre ja de la guerre gare oder so glaube ich müsste es sein ja und das ist halt insofern sehr geil ähm ähm moment 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 ja wenn man das hier auf jeden fall zuerst das ist okay und da moment mal einmal pause das verstehe ich nicht nicht genügend mann stärke oder ausrüstung um unsere garnison zu bestücken ach mir fehlt jetzt zusatz aber ich habe doch gar keine garnison ich habe doch gesagt lokale autonomie der zu warte mal halt stopp mach das mal weg mach das mal so mach du das mal so so das muss ich mir gleich mal angucken genau aber das ist eigentlich auch ein das auf jeden fall ein sehr geiler äh fokus den du da hast dass du nämlich halt die napoleonischen äh eroberungskriegsgründe ähm bekommst ne so gewissermaßen diesen russland feldzug halt abzuschließen ne genau wie gesagt ich muss ich was ich halt noch könnte wäre da komplett deutschland zerlegen aber das werde ich in dem fall einfach nicht tun weil ja äh die tatsache dass ich das hier so gechillt machen kann ja einzig oder allein daran liegt aber ich bekomme es hier ja ich bekomme es äh partie bonapartiste oder wie auch immer das ding heißt bonapartist bonapartist ja ich bekomme also jetzt eine nachfahrung von napoleon der sechste der sechste schon ja napoleon der sechste genau ja das ist äh die entsprechende figur die du hier spielen kannst genau den hole ich jetzt den kriege ich jetzt mhm sounds legit i hope so ja das ist halt auch derjenige der die forderungen hier durchsetzen kann ne ok leute trainieren wir noch mal wir haben so viel ausrüstung momentan ich glaube wir können uns das leisten oder kann ich denen jetzt helfen nö die kann dir auch nicht helfen ja alter wir machen ja immer noch ausrüstung gut obwohl wir den ausrüstungsverschleiß haben das ist halt so krass ne unsere jungs die schmeißen jeden tag so drei gewehre einfach so in graben ne ich frage mich halt auch mal die werfen die gewehre statt mit ihnen zu schießen ne genau ja irgendwie sowas machen die äh lucky vielen dank übrigens für den sub auf stufe 1 schön dass du dabei bist und schön dass du neu und frisch dabei bist so pass auf leute wir wollen jetzt mal ein bisschen arti ich gehe ich gehe zwei nummern runter hier und wir holen uns jetzt ein bisschen ok pass auf du machst du machst du machst du machst das jetzt brauchen wir drei jetzt brauchen wir vier ok hier haben wir nicht viel fortschritt verloren das ist ok so ich brauche jetzt auch ein bisschen weniger stahl ich habe ausreichend fabriken äh genau wir gehen hier eine stufe runter und wir holen uns jetzt äh wolfram brauche ich für die arti das ist ich brauche gar kein chrom ich brauche wolfram äh aus portugal senden so ok wow wir haben schon 13 artis nice ok wir haben die integration der eisenbahn so und jetzt tuff 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 die eisenbahn wer will mit in die tschechoslowakei fahren wenn ich das richtig verstehe ne ich drücke dir die daumen dass es jetzt klappt äh stopp moment halt speichern speichern das muss ja mensch oder ich machen du speicher mal ich speicher jetzt mal ja nicht an chris pack deutsches reich uhu aber genau das bringt leider gar nichts weil die haben nämlich etwas eingeführt die freundlichen entwickler die haben nämlich dafür gesorgt dass du das nicht schießen kannst echt nicht aber wir spielen ja auch gar nicht im iron man oder ja ok im iron man geht es nicht ich weiß nicht ob es hier geht hier könnte es klappen also ich habe gespeichert soll ich laufen lassen ja ja es kann doch sein dass wir es ein bisschen laden müssen ne bis günner das kriegt aber unwitzig ich habe das 15 mal gemacht ich würde es gerne mal sehen im iron man also 15 mal im iron man da hingespielt wo günner jetzt ist hat drei tage gedauert bis ich ein let's play hatte mit dem ich weiter spielen konnte du brauchst ja jedes mal quasi eine stunde fast dahin wenn du also am ende war ich deutlich schneller ich habe es glaube ich eine halbe stunde geschafft irgendwann weißt du alles auswendig aber am anfang ist es halt nicht so schnell ja krass dann habe ich am ende trotzdem kein achievement rausgeholt weil ich das achievement nicht richtig erkannt habe naja egal irgendwann ein andermal ok es gibt nur hier das österreichisch-ungar-reichisch ah ok dann du machst Pause wenn das Event kommt ne ja ja alles gut äh ne ich habe ja noch hier diese Entscheidung ne dieses bla 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 reich wird wieder hergestellt ok gut interessant und Wilhelm der zweite kehrt ins deutsche reich zurück oh wow krass ich kann tatsächlich nur krass krass einen Einspruch erheben mehr konnte ich nicht machen ach der Willi ist wieder da ja Willi ist da da ist der Kaiser da isen der Kaiser seinen ganzen komplexen ey genau ey ohne Witz ich würde mal behaupten dass der Wilhelm der zweite echt in den Top 3 der schlimmsten Anführer ist die Deutschland je hatte Top 1 ist glaube ich keine Frage genau sorry kurz Pause aber es spielt auf jeden Fall weit vorne mit ne ja das kann man so sagen als Mitverursacher oder nicht äh als Nicht-Eingreifer äh in der Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts äh des 20. Jahrhunderts also es ist definitiv würde ich sagen eine Mitverursacher ja Mitverursacher würde ich auch sagen ja durch Passivität kann man auch Mitverursacher naja er sag mal so ähm er hat es geschehen lassen so er hätte die Wacht gehabt er hat er hat einfach echt gedacht und das ist halt einfach seine Mitschuld dass er äh Großbritannien halt einfach quasi mit seinen Flottenspielchen dass sie ihm das verzeihen weil sein Cousin da auf dem Thron sitzt mhm und äh dieser dieser Blankoscheck für für Österreich-Ungarn ja das ist halt halt einfach nur strunzblöd ja also er hätte die Macht gehabt das glaube ich zu verhindern ja diesen Weltkrieg aber er hat es halt sein lassen so damit ist er mit Schuld genau so hauen wir mal raus die Soldaten hier warum geht da keiner hin ich nicht verstehen diesen Quatsch bitte kurz Pause eine machen danke ja dann gebe ich auch noch gerade meinen Senf äh zu der Sache mit Kaiser Wilhelm dazu also ich habe mal ein Interview mit äh Christopher Clark gesehen ähm und ähm ähm wir müssen uns und also ich finde oder ich sag mal so ne er hat ja sehr viel Aufsehen dadurch verursacht dass er gesagt hat ähm Deutschland trifft eben nicht die alleinige Schuld an diesem Krieg ne ähm das ist ja nach wie vor in der Geschichtsforschung kontrovers und er ist jetzt halt ein sehr renommierter Experte ne wenn es um diese Zeit eben geht ne auch wenn er in Australien ähm Dozent ist aber er spricht ja perfekt Deutsch ne also ich glaube er hat auch Verwandte in Deutschland oder die Eltern kommen daher oder sowas hat er auf jeden Fall auch in Deutschland studiert glaube ich auf jeden Fall hat ein sehr sehr großes Renommee und er kam da mit dieser er kam da mit so einer relativ steilen These obwohl er eigentlich nicht wirklich viele neue Quellen ausgewertet hatte dazu und der hatte in dem Interview aber eine Sache gesagt und die sollten wir uns vergegenwärtigen es fällt uns von heutigem Standpunkt gesehen natürlich schwer oh Napoleon der Sechste beansprucht den französischen Thron ja es fällt uns von heutigem Standpunkt aus natürlich schwer nachzuvollziehen wie ähm die äh wie das deutsche Kaiserreich äh Österreich-Ungarn gewissermaßen ein Blankoscheck ausstellen konnte ne wie ihr eben gesagt habt das war vollkommener Schwachsinn und so da muss man einerseits bedenken für uns ist es natürlich Schwachsinn weil wir das Ergebnis kennen ja ähm das ist vollkommen klar das andere darf man äh auch nicht vergessen Politik wird in diesem in diesem Reich auch auf einer internationalen Ebene anders gemacht als das halt heute der Fall ist die internationale Politik folgt keinem äh an äh demokratischen oder äh von mir aus auch marktwirtschaftlich ausgerichteten Werten äh sie folgt in diesem Sinne einem Ideal das durch männliche Kultur in den Salons geprägt ist das durch Intransparenz geprägt ist das durch Geheimhaltung Elite und eine nach außen getragene zur Schaustellung von Stärke geprägt ist und alleine vor solchen also vor einer solchen Vergegenwärtigung kann nur so eine Entscheidung Sinn ergeben ne also ich will jetzt natürlich nicht wieder hier den äh den Riesentopf aufmachen so wenn wir jetzt uns mit Geschichtsforschung beschäftigen müssen wir uns ähm also müssen wir jetzt versuchen so im Sinne des Historismus die Sachen aus den Umständen heraus zu erklären oder müssen wir versuchen die Phänomene auch ein bisschen aus dem historischen Kontext rauszulösen ich glaube das hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür dass wir mehr Erkenntnis gewinnen und insofern würde ich dem Christopher Clark hier zustimmen wenn man es versucht innerhalb der Zeitumstände genauer zu betrachten also ich glaube das ist lange Zeit zu sehr vom Ergebnis her betrachtet worden würde ich so auch vermuten und natürlich ist auch diese diese These mit dem äh mit der alleinigen Kriegsschuld natürlich muss man das auch kontrovers sehen denn ich meine das hat ja einen internationalen Durchschlag eben gehabt in der entsprechenden Erklärung ähm ähm und die das äh die dann eben die Weimarer Republik beziehungsweise das Deutsche Reich eben abgeben musste äh und anerkennen musste und das hat natürlich noch das hat insofern auf jeden Fall bei der Interpretation von Geschichte hat das auf jeden Fall Auswirkungen bis heute man darf das aber auch man darf das aber auch natürlich nicht wie gesagt alles vom Ergebnis her betrachten so jetzt habe ich genug gequasselt mit meinem Kurzreferat dazu und jetzt ist der Mörb wieder dran ja genau bevor ich jetzt das hier vorlese äh will ich noch ganz ganz ergänzend hinzufügen quasi als so ein Beispiel was du gerade eben gesagt hast wie damals hat Politik gemacht worden ist äh das merkt man gerade in Österreich Ungarn und warum zum Beispiel Österreich Ungarn und äh Russland damals also noch das Zarenreich Russland sorry kannst du den Satz den du davor gesagt hast nochmal gerade wiederholen da war ich gerade abgelenkt Entschuldigung ich wollte nur sagen ähm dass ich dir ein Beispiel bringen möchte wie damals Politik gemacht worden ist in dieser Zeit und äh das sieht man an der Beziehung von Österreich Ungarn und dem Zarenreich Russland ähm also Österreich Ungarn war ja ein Land das äh ziemlich krasse interne Spannungen hatte und das Interessante ist ähm zumindest nach dem was ich recherchiert habe jetzt bin ich kein Historiker so wie Günner aber ähm ich habe recherchiert dass halt inzwischen viele Historiker davon ausgehen dass dieses Land Österreich Ungarn zu retten gewesen wäre als Großreich wäre man bloß auf die Bevölkerungsgruppen zugegangen und hätte ihnen quasi ähm Mitbestimmungsrechte gegeben was die Habsburger nicht getan haben ein Beispiel dafür ist ähm dass zum Beispiel ähm der Habsburger äh Kaiser damals äh den russischen Zaren gebeten hat einen Aufstand niederschießen zu lassen mit russischen Truppen also der hat tatsächlich den russischen Zaren ja klar die Monarchen halten da zusammen weil er seine eigenen Truppen nicht einsetzen wollte um intern nicht noch mehr Spannungen aufzubauen hat er Russen eingeladen die seine Aufständischen niedergeschossen haben das war damals relativ normal was das die Beziehung zwischen Österreich und Ungarn und dem Zarenreich zerstörte war als der Zar genau dasselbe von Österreich Ungarn wollte haben die abgelehnt und haben das nicht gemacht und das hat dazu geführt dass sich das Zarenreich mit Frankreich geheim verbündet hat und dadurch überhaupt diese Zwei-Fronten-Situation entstehen konnte also wenn man sich das alles genau anguckt sieht man dass da ganz ganz viele Kleinigkeiten zueinander gekommen sind man kann nicht sagen der eine ist schuld sondern man muss halt echt sagen wie die miteinander interagiert haben hat halt schon in gewisser Weise dazu geführt dass sie sich gegenseitig aufgebauscht haben aber irgendwann mal war dann halt du spannst halt einen Bogen und dann stellst du halt die Frage wer lässt ihn fitzen Christopher Clark hatte ja auch in dem Zusammenhang eben gesagt dass dieser Krieg natürlich zu verhindern gewesen wäre aber es gab keinen der entschlossene bereit gewesen wäre das zu tun es wurde hingenommen das war ja auch noch die Zeit wo der Krieg als probates Mittel immer noch galt das war ein probates diplomatisches Mittel ähnlich wie der Krieg zur Einigung Deutschlands sag ich mal Bismarck durch die MZ Depesche den Krieg gezielt ausgelöst provoziert hatte um halt einen diplomatischen Grund zu finden dass die deutschen Staaten zusammen gegen Frankreich kämpfen genau und das war halt zu der Zeit immer noch so es waren immer noch die alten Eliten die an der Macht waren klar es sind immer noch autoritäre Staaten mehr oder weniger autoritäre Staaten gewesen und der Krieg galt immer noch als probates Mittel um machtpolitische Interessen durchzusetzen zum Beispiel habe ich auch eine Quelle gelesen dass zum Beispiel die Garantie auf Serbien der Krieg wurde ja letzten Endes ja ausgelöst weil ja Österreich-Ungarn-Serbien wegen der Ermordung der Thronfolger den Krieg erklärt hatte die Garantie von Serbien wäre vielleicht mit Betonung auf vielleicht nicht gewesen hätte damals Österreich-Ungarn das Bittgesuch des Zaren nicht abgelehnt hätte passieren können und das heißt auch du darfst aber nicht du darfst aber nicht die unglaubliche Sprengwirkung des Nationalismus in der Zeit darf man auch nicht außer Acht lassen ne also überall hast du ja nationalistische Tendenzen die aufkeimen ne ja und diese viele dieser Staaten drängen nach einer eigenen souveränen Nation ne und ich weiß nicht ob tatsächlich so ein Vielvölkerstaat also wer hätte den wer hätte die Figur der Einigung in diesem Vielvölkerstaat in Österreich Ungarn oder in der Habsburgmonarchie sein können die Monarchen waren ja die Monarchen waren ja der Erbe bestenfalls aber die Monarchen selbst die amtierenden Monarchen waren alle verhasst ne also ja wobei der Erz wie hieß der der jetzt erschossen wurde in Sarajevo Franz Ferdinand genau Franz Ferdinand der war glaube ich wie ich das jetzt also ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher aber ich meine dass der sehr sehr beliebt war ja beim Volk und dass der auch ein offenes Ohr im Sinne von Autonomie Wünsche von 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 ich sag mal untergebenen Staaten hatte oder so unterworfenen Staaten und Völker hatte also wenn der in die Mache gekommen wäre das wäre glaube ich die Lösung gewesen also unter Josef keine Chance er hätte aber auch und das wäre das entscheidende das ist das was ich gelesen habe er hätte dann aber auch im selben Zug mit seinem Antritt den ganzen verschiedenen äh Völkern innerhalb seines Staates hätte er Mitbestimmungsrechte mitgeben müssen also de facto hätte er eigentlich sowas wie eine Bundesrepublik Österreich-Ungarn mit Kaiser erschaffen müssen also dass die so wie bei uns Bundesländer haben die alle so eine gewisse Autonomie haben aber zu einem größeren Staat gehören aber dazu ist es nie gekommen so dann lese ich mal vor was mit Napoleon los ist ne ja bitte mach das und ganz kurz noch ja Hass Strategie Ecke spielt Deutschland übrigens und Möp spielt Frankreich genau ja genau also das Französische Reich bin ich inzwischen so Napoleon der Sechste beansprucht den Französischen Thron bei einer Zeremonie in Paris wurde Napoleon der Sechste offiziell gekrönt und trägt den Titel Kaiser der Franzosen sein Aufstieg gilt als direktes Resultat der Unfähigkeit der Dritten Republik den zunehmenden gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den extremen Flügeln die bei mir nicht stattgefunden haben und politischen Spektrum ein des politischen Spektrums Einhalt zu gebieten und für die politische Stabilität zu sorgen ich habe zwar schon 65% Stabilität gehabt aber egal er steht nun vor der schwierigen Aufgabe ein zutiefst gespaltenes Land was nicht gespalten ist wieder aufzubauen und wieder zu vereinen viele Beobachter Werten die Tatsache dass diese extreme Rechte eine entscheidende Rolle bei seinem Aufstieg zur Macht gespielt hat naja war nicht wirklich der Fall als Beleg dass der Kaiser der Franzosen in Wahrheit nur durch die Gnade des rechten Mobs herrschen darf naja mal schauen ob das so stimmt so weiter geht's ja ich bin übrigens gerade nebenbei noch so ein bisschen bei der Recherche gewesen und hier stand jetzt dass Franz Ferdinand eigentlich eher eine unpopuläre Figur gewesen sei ja also stand jetzt zumindest was ich jetzt auf die Schnelle recherchieren konnte weil er insbesondere also weil seine Ehefrau wohl eben oder weil seine Heirat nicht standesgemäß war obwohl er Reformpläne hatte aber teilweise wohl auch ein bisschen reaktionäre reichendes Unverständnis gegenüber kulturellen Entwicklungen zeigte er soll zum Beispiel gesagt haben man solle dem Künstler Oskar Kokoschka alle Knochen im Leibe brechen also so ein expressionistischer Künstler weil er malt weil er weil er neu malt genau ja also das ist irgendwie schon ein bisschen komisch also sicherlich auch eine kontroverse Figur muss ich mir mal angucken also es ist alles so hochinteressant und ich ärgere mich halt weißt du ich würde gerne so viel mehr Bücher lesen dazu ich habe so wenig Zeit also wie gesagt vielleicht wäre der nicht der richtige gewesen aber das was ich gelesen habe da ging es halt echt darum man hätte diesen 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 vervölkern halt einfach quasi ein bisschen mehr Autonomie und Mitbestimmungsrecht geben müssen ja ob es damit halt getan ist das ist halt eben die große Frage das weiß man aber es hätte auszögern können das ist ja das ist halt super schwierig ja also wenn man sich mal anguckt was der Nationalismus im Vorfeld ja bereits alles an Wirkungen gezeitigt hat so Böhmen kehrt zur Krone zurück Pause nach Verhandlungen auf höchster Ebene die bis tief in die Nacht andauerten hat die tschechoslowakische Regierung entschieden unser Angebot anzunehmen und hat Otto von Habsburg zum König von Böhmen und Magra von Mähren ernannt die Soldaten der ehemaligen tschechischen Armee haben ihrem neuen König und Kaiser einen Eid geschworen und die Zivilverwaltung der Reiche wurde voll integriert ein weiterer Schritt um unser Geburtsrecht zurück zu erobern ja Gratulation die sind instant übrigens jetzt Kernland instant Kernland du durftest jetzt festgestellt haben was du von Powerhouse geworden bist wartet mal da muss ich jetzt mal gucken oh ich hab freie Militärfabriken genau das kennst du gar nicht das Gefühl oder das ist fühlt sich in der Tat sehr ungewohnt an so ich gehe auf wird Zeit für nicht Angriffspakt mit Österreich Ungarn wie ich gerade feststelle wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Arti so was kann ich jetzt machen Galicien fordern und so weiter und so fort aber Leute wisst ihr was bevor ich es hier übertreibe holen wir uns noch zwei Zivilfabriken im Sudetenland und dann holen wir uns noch vielleicht also was du machen willst ist sieben Bürgen fordern aber baue deine Armee aus so krass es geht und stell deine Truppen auch wieder ran und verbessere die Meinung mit denen und dann solltest du einen von uns beiden als Mediator weil da wird nämlich Königreich Rumänien wird wahrscheinlich ablehnen dann kann es zu einer Verhandlung auf internationaler Ebene kommen dann solltest du Deutschland oder Frankreich zum Vermittler machen dann hast du vielleicht eine Chance dass die dir das gesamte Transsilvanien geben Alter okay warte mal ganz kurz Sekunde das muss ich wenn wir gerade können wir ja warte warte mal kurz ja ja wir machen das gleich ich muss mal das kommt alles noch kommt alles noch ich muss mal hier mir einmal in die Sachen hier reingucken was ist das denn dieser Schwerpunkt wird abgebrochen wenn die Vorauswirkung erhält einen Anspruch auf Krakau Stanislau und Lwow okay krass siebenbürgen erhält einen Anspruch auf nördliches Transsilvanien Kreischgebiet Transsilvanien und Banat Königreich Rumänien erhält das Ereignis Ungarn fordert siebenbürgen okay will ich das jetzt schon machen ich weiß es nicht also sobald du halt der Meinung bist dass deine Armee maximal ist auch die Beziehungen verbessern mit denen aber du hast gerade eine mega krasse Armee dazubekommen wie viele Männer hast du denn im Feld ich wette mal du hast 350.000 Mann im Feld stehen das muss ich mir gerade mal angucken die nicht zu geordneten wie schmeiß ich die nochmal alle so ist das korrekt das waren doch alle Leute ich hab Panzer ich hab Panzer Kettenfahrzeuge wie der Gönner einfach mal aus einem Land das nicht existierte ein Macht macht das Problem ist ich weiß gar nicht ich glaube ich will die Panzer gar nicht die brauchst du auch nicht tatsächlich am Anfang kannst du dich schon an Jugoslawien erst noch vergreifen bevor du dich an Rumänien wagst das kann er auch machen das kann er machen das würde ich sogar an deiner Stelle machen oh god ich tu die Garantie widerrufen ey was garantiere ich denn alles im Balkan ich garantiere einfach jeden ey ok Leute mal ganz kurz noch also Panzer auflösen Panzer auflösen ich muss gerade in das kann ich das Template hier sehen ja ne Moment mal kurz Sekunde muss ich hab wieder eine Million Templates dazu bekommen Sekunde da sind zwei Pferde dabei alter ne wir haben uns nicht beschwert Horst Peter wir haben darüber referiert und diskutiert drei Pferde vier Pferde ich hab nochmal noch mal Gebirgsjäger 18 Gebirgsjäger aber die sind ja auch identisch eigentlich ne Gebirgsjäger brauchst du auf jeden Fall falls du gegen Rumänien Krieg führen wirst warum ist Rumänien so stark äh Rumänien ist stark unterschätzt die nicht die sind immer sehr stark ok ja ich brauche Art hier ich brauche Art hier ohne Ende ok und was haben die jetzt hier nochmal für eine Infanteriedivision das sind wieder 18 ey boah Vater das ist eigentlich auch zu viel ne das müsste man eigentlich auch mal wieder ein bisschen ummodeln weil damit ich halt nachher auf diese 20er Gefechtsprache komme ich will ja Artie halt dabei haben das ist ja mein Ding eigentlich ne ok 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 also erstmal also die Panzer löse ich erstmal auf also die kommen raus hallo achso ne da halte ich die noch an so ne so löse ich die auf so ab mit den Panzern in die perverse Reserve und die hier und die hier die bauen wir um da machen man nämlich hier da ja so 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 ok und die kriegen ok moment mal die kriegen ne unterstützungs artie die kriegen hier ne artie und die kriegen hier ne artie dann brauchen die was los brauche die 84 artie ich hab gar nicht so viel schlimm ich hab nicht so viel ok 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 so und wenn ich das jetzt hier sehe ich was das insgesamt verbraucht hier da genau da steht es ja 48 division verwenden diese vorlage verändert sich insgesamt um 2400 wir haben 42 940 im lagerbestand aber das ist die infanterie ausrüstung genau bei der artie verändert sich um 4032 wir haben 166 im lagerbestand na danke dafür ok also noch nix mit artie dann appen wir die nur so dann sind wir bei 14 da bin ich aber cool mit ich könnte auch noch einen aufklärungspanzer reinpacken oder wenn ich einen leichten panzer da verändert sich wir haben 1300 ey leute wir machen wir machen die panzer in die aufklärung oder soll wir das machen das bringt was ja bringt aber nur die leichten hier steht wir haben 1375 im lagerbestand komm hier speichern wir mal so die artie packen wir nachher rein zack die beste aufklärung die du haben kannst tatsächlich so die brauchen jetzt erst mal neues icon und zwar hast darüber haben wir vorhin schon gesprochen und zwar was nehmen wir denn hier da die krone natürlich die harbsburger krone eigentlich bräuchten wir haben wir einen doppel adler moment mal haben wir einen doppel adler natürlich nicht ehrenlos okay gut alles klar so und die hier die bauen wir dann bei zeit die bauen wir dann langsam mal um die wollen mal langsam um okay 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 so yo 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 die haben alle keine befehle mehr achso weil die Frontlinie nicht mehr da ist okay können wir nicht weiter laufen lassen jetzt können wir weiter laufen lassen mon frère ich bin nämlich gerade eben dabei meine Wiederbewaffnung zu starten ja nur die frage ist wann soll ich sieben bürgen jetzt fordern also soll ich vorher noch was also ich bin ja du kannst vorher auch die jugoslawien dir schnappen dann schnappst du es dir weg bevor der italiener ist wie kriege ich jugoslawien du hast kriegsziele drauf du kannst einfach ein kriegsziele quasi sagen wo ich will ein kriegsziele also warte mal du hast noch keinen nationalen schwerpunkt oder du gehst runter ich hab noch kein kreisziel ja ne war mal das problem ist du musst tatsächlich erst sieben bürgen machen weil erst dann kannst du marsch an die küste machen ja na ja leute was sagt ihr soll wollen wir sieben bürgen fordern vergisst aber nicht zumindest eine oder zwei fabriken panzer bauen zu lassen ja ja ist richtig genau für training und kampfverluste hast recht ja ja aber franz josef ließ rudolf nicht an den regierungsgeschäften teilhaben und auch sonst war das vater so ein verhältnis äußerst gespalten letzten endes beginge rudolf dann selbst mal okay krass muss ich mir mal angucken treinata danke erstmal für den naja kronprinz rudolf okay do it okay erst noch die armee aufpumpen sagt schmatz wir haben halt immerhin achten wir haben 48 divisionen hier wir haben hier noch mal vier also hier noch mal 22 divisionen hoffe ich übrigens danke für den follow und sorry dass wir jetzt gerade ich bin wieder pause got himself ne okay ja okay pass auf wir machen ja wir bauen hier noch panzer wir brauchen so viel arti ne wir brauchen so viel arti alter wie viel militärfabriken habe ich denn gerade erobert du hast eine menge bekommen heide witzger die tschechoslowakei ist unglaublich stark für so ein kleines heide witzger ey und wenn die kaidi hat ist die immer so schlecht ne ja weil die halt die gibt halt immer auf die hat halt das programmiert wenn du historisch spielst dass sie halt so klein bei gibt ja krass das du kannst das ändern also es hängt alles von frankreich ab wenn frankreich sagt nein ich garantiere die ich weiterhin dann geben sie es nicht her und dann kommt es zum zwei freunden krieg für deutschland von anfang an und dann ändert sich das spiel komplett ja dann musst du nur hoffen dass du es als frankreich geschafft hast bis zu dem zeitpunkt so stark zu sein deutschland die stirn zu bieten das ist hart das ist echt hart ja leute dann lasst mal von aber hau rein nimm es aber verbessert deine beziehung mit wem sie würden rumänien auf jeden fall mit rumänien alles klar warum mag mich italien das kommt mir komisch vor ecke macht die reichsautobahn ich finde es also lustig dass frankreich so groß aussieht auf der karte aber in wahrheit sind sie eigentlich nur ein tropfen soll ich anfangen zwischen kriegs jäger zu bauen ich habe ein paar jäger alter was habe ich zivilfabriken ja du kannst es richtig was machen auf einmal geht was das ist ja crash das ist ja crash leute also naja österreich ungarn spiel ist geil das einzige was man hinbekommen muss ist ein solch ungarn zu gründen du musst verhindern dass deutschland das judätenland fordern es gibt einen trick den man da machen kann und zwar man muss es schaffen dass man bei der mit beim gespräch mit königreich rumänien deutschland der mediator ist und es gibt eine gewisse chance dass dann rumänien die sofort den krieg erklärt und deutschland dann auf deiner seite mitkämpfen dann können sie es nicht fordern dann überspringen sie das boah dann hat aber deutschland sofort auch krieg mit frankreich und dann geht es halt schon los ne also dann hast du natürlich dann hast du gewonnen als österreich ungarn und das ist der plan den ich beim nächsten mal machen muss wenn ich österreich ungarn auf iron man spiele ja ich freue mich ja das wird ja maßen drauf das wird auch eine weile dauern sagen wir es mal so ich möchte noch antidemokratische razzien diese schlimmen demokraten immer ja schrecklich hängt sie gesinde gesinde vielleicht können wir übrigens an der schon mal ganz kurz ein poischen machen und ich beende mal diesen part hier wir sind hier bei 43 minuten und sage erst mal vielen dank fürs zugucken seid doch mal dabei wenn wir so ein live stream veranstalten dienstags um 9 uhr sind wir immer am start und wir freuen uns natürlich wenn ihr da auch mit zeit und mit dabei seid mit seid ja also mit dabei seid und dann sage ich erst mal in diesem sinne pax hubiskum valete und auch danke an meine mitstreiter dass wir hier uns immer so schöne runden bescheren das ist auch was wert wie ich finde auch gerne so gerne doch